Moin Moin, hier ist das Schau und ich begrüße euch zu einem neuen Overwatch-Video. Ja, auch wenn Overwatch momentan auf einem gigantischen Höhenflug mit einer neuen Heldin, einem neuen Spielmodus, 20 Millionen registrierten Spielern und mehreren Golden-Joystick-Trophäen ist, gibt es heute eine etwas enttäuschende Meldung. So wird sich der ein oder andere vielleicht daran erinnern, dass Blizzard bereits früh in der Overwatch-Entwicklung einen Comic namens First Strike ankündigte. Ja, anders als die Gratis-Comics, die wir zu jedem neuen Helden bekommen, sollte First Strike dann wirklich ein richtiges Comic-Heft mit knapp 150 Seiten sein. Dabei sollte uns die Geschichte zurück zu den Anfängen von Overwatch führen, als sich das Team rund um Reyes und Morrison fand und in der ersten Omnikrise kämpfte. Tja, was jetzt letztendlich die Cancellation oder die Einstellung des Ganzen bedeutet und was First Strike hätte werden können und warum diese Meldung vielleicht sogar Potenzial hat, erkläre ich euch im heutigen Video. Aber beginnen wir ganz von vorne. Wie Overwatch-Hauptschreiber aka der wirkliche Loremaster Michael Chu gestern den offiziellen Foren verkündete, hat man sich dafür entschieden, First Strike nicht zu veröffentlichen. Ursprünglich sollte der Comic nämlich schon diesen Monat digital auf den Markt kommen. Also es war geplant, jetzt ihn digital zu veröffentlichen und dann im, ich glaube, April oder sowas, sollte das Ganze offiziell in den Handel kommen. Ja, durch die Einstellung des Projektes wird es dazu nicht kommen und dabei erklärte Michael, dass man sich entschieden hat, die Geschichte von Overwatch in eine andere Richtung zu führen, als die die First Strike vermutlich, ja, uns geführt hätte. Und ich zitiere hier einfach mal sein offizielles Statement. Die ursprüngliche Idee für die Graphic Novel reicht zurück in die frühen Tage von Overwatch's Entwicklung und entstand als Wunsch, die Geschichte von Overwatch's Gründung zu erzählen. In den Jahren seit der Vorstellung vom First Strike haben wir das Universum und seine Storys weiterentwickelt. Selbst wenn der Kern der Geschichte bleibt, haben wir die Events, die während der ersten Tage von Overwatch stattfanden, geändert und weiterentwickelt. Aber wir wissen natürlich, dass dies eine Geschichte ist, auf die ihr euch freut und wir planen, diese weiterhin zu erzählen. Okay, da haben wir es also. Overwatch hat sich seit dem frühen Arbeiten an First Strike weiterentwickelt. Dahingehend ist es nicht so überraschend, dass man First Strike vorerst auf Eis legt beziehungsweise in dieser Form nicht veröffentlicht wird. Das sollte man ganz klar sagen. Es ist nicht so, dass Blizzard das Ganze in eine Schublade legt und sagt, wir holen das irgendwann mal wieder raus. Man sagt ja sehr klar, man möchte diese Geschichte erzählen, aber vermutlich in einer anderen Art und Weise. An der Stelle rufe ich euch gerne in Erinnerung, vielleicht seid ihr Blizzard-Neulinge, dass dieses Verhalten für Blizzard nicht unüblich ist. Das heißt, wenn Dinge nicht ins Konzept passen, werden diese häufig im Unternehmen gecancelt. Oder wenn man nicht hinter der Qualität steht. Bekannte Beispiele sind das Thrall Adventure oder das Starcraft-Spinoff mit Nova. Also es passiert immer wieder, dass Blizzard Sachen cancelt, wo man einfach sagt, selbst Titan, aus dem Overwatch entstanden ist, gecancelt, obwohl man Jahre reingesteckt hat, weil man einfach sagte, es passt nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, doch was wäre First Strike eigentlich genau gewesen? Viel ist dazu nicht bekannt, auch wenn wir einige Seiten aus dem Comic auf der Comic-Con sahen. Also sahen wir Razor Morrison in den Trümmern des zerstörten Chicago Omniums kämpfen, ja, irgendeinen mysteriösen kleinen Kerl inmitten von Monitoren und Reinhardt, der irgendwie Flashbacks an den Krieg hatte, sicherlich hat uns die Story auch näher gebracht, ja, wer das weitere Overwatch-Gründungsmitglied Liao ist, ja, doch letztendlich wird das alles fürs Erste unklar bleiben. Wie ihr euch denken könnt, als Lore-Fan bin ich natürlich ziemlich enttäuscht, und da ich unter anderem das Arna-Lorewatch-Video gerade für diesen Comic zurückhielt, da ich davon ausging, dass er garantiert neue Infos beinhaltet, die ein Arna-Lorewatch-Video einfach runtergemacht hätten. Ja, gleichzeitig neben der Enttäuschung ist bei mir aber auch ein wenig Vorfreude da. So spekulierte ich ja bereits vor einiger Zeit, dass ich mir gut einen PvE-Modus in der Zeit der ersten Omnikrise vorstellen könnte, vielleicht als eine Art Expansion, 20 Euro, spiel die Omnikrise nach. Eben wie einen Koop-Modus, wo wir mit mehreren Freunden Wellen von Omnics zerstören können, ja, und dabei einfach die komplette Story nachspielen. Natürlich muss an der Stelle gesagt sein, das ist reine Spekulation, aber gerade diese Einstellung der Graphic Novel könnte diese Idee wieder so ein bisschen anfeuern. Denn hätte man die First-Strike-Geschichte nun erzählt, würde eine spielbare Origin-Geschichte nur wenig Sinn machen. Ja, könnte es somit sein, dass am Horizont eine Story-Erweiterung für Overwatch wartet, die genau diese Story erzählt? Denn Shu hat es ja gesagt, man plant diese Geschichte zu erzählen. In welcher Form lässt er komplett offen? Und ich denke, das hat seinen Grund, dass er es so offen lässt in seinem Posting. Wie gesagt, vielleicht denke ich hier drei Schritte nach vorne, vielleicht ist viel Wunschdenken bei mir dabei, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass genau das passiert, was ich hier spekuliert habe. Hey, aber was denkt ihr? Lasst euch mit meinen Kommentaren wissen, denkt ihr, irgendwann wird es trotzdem einen Comic geben, der einfach mehr auf den aktuellen Lore angepasst ist? Wird es eine Story-Erweiterung geben? Was denkt ihr? Post es in die Kommentare, mich interessiert das wirklich. .